Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Cornel. Wir sind zurück bei Marios Mission. Continue and Save. Wir haben den grünen Switch geschafft und können deswegen jetzt, höchstwahrscheinlich, in diesem Level auch den Secret Exit schaffen. Oh. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Kennt ihr das? Ich hab ja ein Headset noch, ne? Prinzipiell muss ich ja sowieso beim Let's Plane immer einen Kopfhörer aufhaben. Und ich find das voll nervig, weil das Kabel, das fängt jetzt an sich immer zu kringeln, zu ringeln, zu... Ja, keine Ahnung. Wißt du, wie ich weine? Das fängt halt immer an, so Kreise zu machen und das ist so nervig, weil es halt einfach... Es nervt einfach komplett. Es ist einfach komplett nervig. Und vorne bis hinten einfach nur nervig und nervig und nervig. Ah, ist das ärgerlich. Naja. Wow, das war knapp. Und, äh, ja. Aber da kann man, glaub ich, nicht viel gegen machen, oder? Kann man da irgendwas gegen machen? Mh, boah, das ist ein bisschen schwierig, weil das hier so rutschig ist und ich hatte den Schlüssel auch wieder... Ja, genau. So, mh, wo war denn jetzt hier das Secret Exit? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Dann bekommen wir eine Feuerblume, das ist natürlich durchaus nett. Ansonsten, wo war das Secret Exit? Hier war es, glaub ich, nirgendwo im Loch irgendwo. Ich glaub, das war relativ offensichtlich, wo das dann war. Da brauchten wir halt nur die... Fickt ja auch ich doch. Da brauchten wir halt nur den grünen Switch für, um da überhaupt dran zu kommen. Ich hoffe, dass ihr im Hintergrund nicht dieses, äh, ja... Ich hoffe, dass ihr... Das ist einfach kacke, weil... Wenn der hier berghoch geht, dann springt der nicht mehr richtig. Das ist so ärgerlich. Ich hoffe, dass ihr im Hintergrund nicht diese scheiß Geräusche... Ah, okay. Ich hoffe, dass ihr im Hintergrund nicht diese scheiß Geräusche hört, aber eigentlich dürftet ihr das nicht hören. Die machen hier draußen, ähm... Die arbeiten wieder hier und ich weiß nicht, was die da machen. Irgendeine Maschinen haben die da an und das ist ein bisschen laut, aber... Naja, so laut ist es dann nun auch wieder nicht und prinzipiell, ja... Das ist schon in Ordnung. Hammerbro Hiltz. Okay, krasses Level. Hammerbros hören sich scheiße an, erstmal. Okay, wir haben eine Feuerblume. Wir sollten auch tunlichst die Münzen einsammeln. Ne? Denn wir wissen, wenn wir die Münze nicht einsammeln, dann ist der Sprite nicht weg. Und deswegen verschwindet dann auch der Gegner nicht. Jetzt ist der Hammerbruder nämlich hier weg. Hätten wir die Münze nicht eingesammelt, wäre der Hammerbruder noch da gewesen. Das liegt einfach daran, weil die Münze halt der Sprite prinzipiell ist. Und solange der Sprite nicht aus dem Spiel genommen wurde, irgendwie so prinzipiell, ne, so... Nach Adam Riese erklärt, solange ist dann halt auch Spawn das Ding halt neu. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, ja, gut, da hätte man vielleicht einfach ein bisschen... Ja. Aber ich, ähm, ja. Wir haben ja Safe States und so. Hahaha, Safe States. Ja, lasst uns Safe States missbrauchen. Hm, uh, weil wir unsere Feuerblume behalten wollen. Das ist wahrergerlich. Wir schaffen das auch. Das ist unfair. Das war schon ein bisschen unfair, oder? Ah, hätte er wenigstens unten... Ja. Oh, wir kriegen hier eine Fehler. Okay. Ich, äh, nehme aber trotzdem mal die Feuerblume. Einfach nur aus dem Grund. Dann haben wir die Fehler nämlich auf Reserve und könnten die vielleicht... Boah, das ist natürlich eine Fehler. Aber ich glaube, das könnten wir prinzipiell mal ausprobieren. Nein, oh se. Nein. Oh, ja. Das können wir mal ausprobieren. Ja, genau. Ich glaube, man kann hier nicht fliegen. Seht ihr? Man kann nicht fliegen. Das, äh, hat er rausgenommen. Man kann mit der Fehler natürlich trotzdem relativ viel abkürzen und so. Aber man kann mit der Fehler nicht fliegen. Das, äh, ist so ein einfacher Patch, den man da glaube ich drauf... Also ich kenne mich ja mit SMB-Hacken nicht aus. Aber das ist einfach so, ne? Das machen viele. Weil man die Fehler natürlich trotzdem gut gebrauchen kann. Und auch für so einige Sequels und Rätseln und so. Aber wenn man dann, äh, Fehler... Irgendwo eine Fehler bekommt, dann kann man es natürlich auch einfach missbrauchen, um diesen ganzen Hack einfach, ähm... Ja, relativ langweilig fertig zu spielen. Und damit das verhindert wird, machen die SMB-Hacker dann einfach mal so ein Patch drauf, dass die Fehler nicht zum Fliegen möge... Also die Fehler nicht, äh, flug... Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Na, na, egal. Dass, äh, die Fehler halt nicht, äh, das Fliegen ermöglicht. So ist ja ganz richtig. Okay. Nein, ja, das ist natürlich dann aber... Ja, ne, das machen wir so nicht, weil... Oh, Mann, oh. Okay. Das machen wir so nicht, weil ich natürlich gerne die, äh, Fehler behalten möchte. Ne, ne Feuerblumen und eine Fehler ist besser als, äh, zwei Feuerblumen. Prinzipiell. Nein, 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 okay. Nein, 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 okay. Ähm, ja. Das, äh, war sehr gut. Äh, tut, 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 tut. So, ich sollte vielleicht ein... Ich sollte vielleicht ein wenig... Ah, ich bin so doof, vor. Ich sollte vielleicht ein wenig... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte. Ich, äh... Boah, das nervt mich da draußen, boah. Ohne Spaß, das ist seitdem ich hier wohne. Seit Oktober ist das hier einfach eine Baustelle, dieses Haus. Und man kann hier, hat hier einfach... Ach so, das ist natürlich gemeint. Ah, Mann, das ist jetzt ein bisschen nervig so. Warte, wir machen jetzt mal hier ein Safe State und... Machen hier ein Safe State, gehen hier. Machen wir es jetzt einfach mal so, dann holen wir uns halt die Yoshi-Coin. Seitdem ich hier wohne, ja, seit Oktober ist das hier einfach eine einzige Baustelle. Und immer hast du hier irgendwelche scheiß Baustellen-Geräusche. Und das ist ein schwieriger Sprung. Mh... Okay. Ging doch einigermaßen. Also war jetzt doch nicht gar nicht so schwer. Und du hast hier einfach ständig Baustellen-Geräusche. Aber du kannst dir das einfach nicht... Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja? Es ist echt nervig. Es ist einfach nervig. Du... Weißt du, ganz am Anfang war es ja ganz schlimm. Da haben die hier ja überall geschraubt. Vor meinem Fenster, vor meiner Haustür, also vor meiner Tür, vor meinem Zimmer hier. Überall. Ach so. Ach, das ist ein... Ah, okay. Ich dachte, das wäre irgendwie... Ah, okay. Wir müssen also nach oben. Das hört nicht auf, nach oben zu scrollen. Ja, das ist quasi so ein... Du musst immer weiter nach oben und so. Wow. Ich war doch schon so gut wie tot. Naja, wir haben es noch geschafft irgendwie. Okay. Nein, 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 nein. Nein, ja, jetzt sind wir eh tot. Ja, okay. Das ist natürlich optimal. Puh, das war knapp. Ja, und dann irgendwann haben die angefangen, hier die Wände zu verputzen. Ja, das könnt ihr euch auch vorstellen. Das war natürlich auch mega laut und immer wieder. Die haben immer was Neues und jetzt ist es halt momentan hier unten. Ich wohne im ersten Stock und jetzt machen die unter meinen... Also ich habe ja einen Balkon und ich wohne im ersten Stock und ich bin nicht auf der Straßenseite. Wobei das nicht... Wobei man jetzt nicht sagen muss, oh, das ist aber gut, da ist aber Glück gehabt. Ne. Die Straßenseite, das ist eine Einbahnstraße, die ist ganz klein, da fährt sowieso fast wie ein Auto. Trotzdem bin ich nicht auf der Straßenseite, aber ich bin halt auf der Innenhofseite quasi. Und der Innenhof wird halt momentan mit so Steinen ausgelegt. Und ich weiß nicht, ob die das jetzt da gerade festtrampeln mit so einem Gerät oder so. Ich hatte aber auch keine Lust zu gucken, weil es ist halt auch immer ein bisschen doof, wenn du dich dann da hinstellst und... Ja, was mache ich? ...und so dich auf den Balkon stellst und dir beim Arbeiten zuguckst. Ich meine, das mag ja auch keiner so gerne. Was ist das denn, Alter? Okay, das ist auf jeden Fall mal... Das ist auf jeden Fall mal eine richtig interessante Idee, ja. Das, äh, boah, das ist ein... Das ist ja mal mega geil. Ist das schon der Bossfighter? Soll das ein Bossfighter darstellen? Oder gibt's dann hier am Ende immer noch ein Bossfighter? Ne, das finde ich gerade mega geil. Jetzt müssen wir die wieder ein bisschen... Ich hätte gerne mal eine Feder... Ach, ach, der... Ja, super. Ne. Ach so, wir müssen den Panzer im Screen behalten. Ja, das macht irgendwie Sinn. Okay, dann wird's ab hier relativ schwierig. Ah, Mann. So, jetzt müssen wir hier halt irgendwie rüberkommen. Sehr gut. Ja, das war wahrscheinlich die beste Variante, die es gab. Hm. Oh, mit Feder ist es natürlich doch um einiges leichter als egal. Ist egal, ist egal. Ich mach's ohne Feder weiter. Sind wir jetzt hier... Ach so, okay, dann haben wir den Abschnitt jetzt geschafft. Gut, dann ist unsere Feder jetzt weg, aber was soll's. Jetzt sind wir da ein kleines On-Off-Switch-Rätsel. Das sollten wir hinbekommen. On-Off-Rätsel gibt's ja hier zu Genüge. Gab's ja schon... Gab's ja schon einige, einige Varianten, ne. Siegut, Exelon und so. War schon alles... Sind immer, wenn sie gut gemacht sind, sind On-Off-Switch-Rätsel natürlich auch immer sehr spaßig und sehr knifflig. Ja, kann durchaus richtig knifflig werden. Ähm. Ich weiß nicht so genau, warum ich... Ah, okay, darüber muss ich noch nicht. Ja, das hätte ich mir auch denken können. Jetzt muss ich aber darüber. Und der Sprung ist nicht ganz so einfach. So, wir gehen nach ganz... Ja, wir gehen nach ganz unten, aber nicht so weit nach unten. Ja, okay. Hat doch ganz gut geklappt. Hab ich mir fast ein bisschen schwieriger vorgestellt. Und wir haben den Boss erreicht und haben keinen Power-Up mehr. Das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Ach, du Sche... Oh, Cooper. Was machst du denn hier? Äh, treffen wir ihn so schon? Ja, das war jetzt unfair. Ja, okay, das wusste ich ja jetzt nicht, aber... Sind das schon Treffer, die ich hier lande, oder ist das einfach... Ich glaub schon, also ich... Ich treff ihn nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen unfair, dass ich ihn treffe und dann trotzdem den Treffer kassiere. Einfach. Weil er sich in dem Moment dann irgendwie auch noch hoch... Haut. War's das? Nein. What the F? Nein, nein, nein. Oh. Dann war's doch die ganze Zeit kein Treffer, oder was? Nein! Das ist natürlich das Allerdümmste, was du machen kannst, ne? Weil du dir so natürlich... Ah, ich hatte da noch einen... Boah, Alter. Hä? Oh, muss ich... Ah, ich glaub, ich muss ihn erst wieder rausholen. Holt er die jetzt runter, weil ich ihn damit treffen muss, oder holt er die runter, weil er mich damit leidigen will? Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, der holt die runter, weil er mich damit... Boah, das war jetzt natürlich wieder dumm. Ich glaub, boah, Alter, es ist auch einfach voll am Slowdown wegen dem Ganzen. Der Panzer! Der Panzer, das war nicht so eine gute Idee. Wobei, doch eigentlich war das schon eine sehr gute Idee. Jetzt muss ich zwar mit zwei Panzern ausweichen, aber jetzt, äh, immer wenn der... Ach so, ich muss hier gegen die Wand dotzen, ja, das vergesse ich immer. Oh, fuck. Das Problem ist halt einfach, wenn der Panzer jetzt hier rumschwirrt... Äh, ich mach ihn doch kaputt. Er hat nur nicht so gut funktioniert. Oh, Alter, das wackelt alles, weißt du? Das ist gar nicht so einfach. Und wenn ich hier auf ihn springe, dann, äh, sterbe ich irgendwie. Oh, fuck, ey. Jetzt holt er wieder von oben Koopas runter. Boah, das ist der Wahnsinn. Dieser Bossfight ist echt nicht unbedingt schön. Oh, okay, an der Wand. Wie oft muss ich ihn denn eigentlich treffen? Kann mir das mal einer so sagen? Oh, wie und manchmal... Da fliegst du einfach durch den durch. Das ist, äh, richtig ekelig. Ist es jetzt? Okay. Hm, aber das war jetzt auch ein bisschen komisch, weil du einfach auch nie gemerkt hast, wenn du den Boss irgendwie getroffen hast. Also er hat nie so ein Geräusch gemacht, dass es für ihn jetzt wirklich schmerzt und so. Ja, das ist ein... Egal, Puzzle Forest, machen wir das jetzt noch? Es war ein Puzzle, aber machen wir jetzt noch. Oh, hätten wir besser nicht mehr machen sollen. Fuck, ist ja ein richtig hartes Puzzle. Oh, und was macht da ein Boomerang, Bruder? Ich meine, das ist doch schon so ein hartes Puzzle. Da muss man doch nicht noch so einen harten Gegner da reinpacken. Okay, da kann ich mir eine Brücke bauen. Bringt mir allerdings nicht ganz so viel. Ja, und auf der schrägen ist Mario wieder nicht gesprungen. Das ist ein bisschen nervig, ja. Oh, fuck. Oh, Mann, oh. Oh, Mann, oh. Das ist doch nervig. Ich dachte, das ist ein Puzzle. Und warum sind dann hier so viele Gegner, die sich einfach umbringen? Vor allen Dingen, warum finde ich hier nichts? Es ist kein... Ja, und wie komme ich jetzt wieder runter? Wollt ihr mich verabschieden? Ach so. Ach, die kann man schieben. Ja, das erklärt einiges. Das muss man mir ja auch sagen, ne? Das kann ich natürlich nicht riechen. Und da ist der erste On-Off-Switch. Zack. Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, was in dieser Röhre ist. Das Ding hat aber kein Secret Exit, oder? Ne. Jetzt hat sich alles gespiegelt, oder was? Wofür soll das gut sein? Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass das so sein muss. Ne, das hat sich nicht gespiegelt. Ich bin jetzt irgendwo anders. Oh, das ist ein Trampolin. Jetzt müssen wir den On-Off-Switch nochmal drücken, weil dann können wir nämlich die Kiste hier wegschieben. Ja, wobei, die kriegen wir jetzt nirgendwo hin, oder? Ne, das hat uns jetzt... Ah, ich bin so ein Vollidiot. Ich bin so ein Vollidiot. Ähm... Oh, dieser verfickte Hammerbruder, beziehungsweise Boomerangbruder. Der nervt mich so ein. Ganz minimal. Ja, spring doch genau rein. Ähm, hab ich jetzt den On-Off-Switch gedrückt? Nein, natürlich nicht. So, ich muss den natürlich drücken, und dann muss ich den an der Seite runterschieben. Das macht irgendwie mehr Sinn. Okay, wunderbar. Dann gucken wir mal weiter. Hier ist ein Springboard. Boah, das Ganze nur für einen... Oder ist hier oben? Ne. Das Ganze nur für eine Yoshi-Coin, oder was? Ja, und das Springboard brauche ich, um wieder hier rauszukommen. Ich dachte, das spiegelt den Raum vielleicht, oder so, aber das war... Ja, großer Schwachsinn. So. Dich brauchen wir. Wenn du funktionieren würdest. War eine doofe Idee, dass ich den Boomerangbruder nicht einfach töten möchte. So. Schieb, schieb, schieb. Was ist Zeugelt? Wir speeden das Ganze ein bisschen, weil sonst sounden wir zu langweilig. Ja, wir brauchen Springboard. Ach, nein, 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 nein. Zurück, zurück, zurück. Wisst ihr, was ich falsch gemacht habe? Ist es euch aufgefallen? Ist es euch aufgefallen? Ich muss natürlich hier die Kiste darüber schieben, weil dann kann ich nämlich das Springboard mitnehmen. Ja, klare Sache. Ah, das war doch eigentlich offensichtlich. Ja, die Kisten sind wahrscheinlich nicht nur zum Spaß da. Dankeschön. So, jetzt die große Frage, wo brauchen wir das Springboard? Ich glaube, da hatten wir ja gerade schon Platz gesehen. Hier brauchen wir ein Springboard. Ja. Okay. Silberner P-Switch und Springboard. Jetzt die Frage, brauchen wir das Springboard nochmal? Ich habe nicht aufgepasst. Nein. Aha. Oh. Vor allen Dingen, nervt es mich. Achso, hier kann ich eine Brücke bauen. Ja gut, das ist mir aber im Prinzip hier erstmal egal. Hier soll ich den drücken? Warum? Weil ich jetzt hier rüber muss. Hä? Okay, ich drücke ihn einfach mal hier. Okay. Ah, okay. Ja. Ne. Wie komme ich denn jetzt wieder da? Hm. Jetzt will ich das erst da rüber schieben. Damit ich dann da rüber komme. Über die Kiste. So, jetzt in die Richtung. Und zwar ziemlich weit, ziemlich weit, ziemlich weit. Bis hier hin. Genau. Äh, es ist komisch, dass die Mansha weggegangen sind. Also, dass der weggegangen ist. Aber der Mansha nicht. Jetzt nur die... Ich weiß es nicht genau. Ist auch egal. Jetzt eigentlich da oben ist nochmal eine Yoshi-Coin. Da kriegen wir einen Pilz, okay? Pilz nehme ich mit. Mit dem Pilz kriegen wir, glaube ich, auch die Yoshi-Coin einfacher. So. Jetzt die Frage, wie groß ist diese Puzzle noch? War es das vielleicht schon? Ja, war es schon. Ist ein kleines Puzzle. Ja, wir wissen ja, die Hacks von Paper Zockt haben eine kurze Level. Aber damit können wir, denke ich, mal leben. Es sind schöne Level. Gut, das war Marius Mission für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich weiß nicht genau, wie lang dieser Heck noch geht. Ich habe natürlich die Exits nicht mitgezählt. Aber so viel könnte es, dürfte es jetzt eigentlich nicht mehr sein. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao. Tschüss, euer Korner. Thor ist ein kleines Puzzle. Bis dann, hör mal kurz. Vielen Dank.